Vetropack ist ein Wert, den wir schon lange investiert haben. Wir waren ja die ganze Zeit übergewichtet. Vetropack ist ein Glasverpackungshersteller, vor allem für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Sie herstellen pro Jahr mehr als 5 Milliarden Glasbehälter. Was uns gefällt, ist die Kapazitäten voll ausgelastet. Sie produzieren in 8 verschiedenen Werken mit 20 Schmelzwannen. Wir haben eine gute Visibilität bei Vetropack, mit guten Zukunftsaussichten, positiven Zukunftsaussichten und entsprechenden Wachstumsraten grösser als die Konkurrenz hat. Was uns auch beim Vetropack passt, ist die starke Bilanz. Wir haben 75% Eigenkapital. Und zudem, was für uns natürlich auch immer wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit. Vetropack erfüllt unsere strengen Nachhaltigkeitskriterien bei BKB. Und darum sind wir auch dort investiert. Was ist die Nachhaltigkeit? Was ist die Nachhaltigkeit?